hey und willkommen zu diesem neuen video ja ihr werdet euch sicherlich jetzt denken okay wie sehe ich jetzt bitte aus das ist ja gar nicht kate nein ich bin auf einen anderen account und zwar von einer freundin von mir und zwar von der lieben isabel windpark so und ja vielen dank isa dass du mir den account für die kurze zeit geliehen hast und zwar ja heute sind ja die quarter horses rausgekommen und ich bin ja auch so ein kleines bisschen gehypt auf die weil ich auch am überlegen bin ob ich mir die kaufen soll oder nicht und zwar gibt es ja vier farben das sind zum einen zum einen ist die hier ich finde ihn auch voll schön aber ich wüsste jetzt nicht ob ich mich von zwischen den und den entscheiden müsste dann ist es einmal der hier der braune den finde ich auch schon aber den würde ich mir jetzt nicht kaufen wollen weil ich finde die anderen dafür doch ein bisschen schöner und einmal den hier und den finde ich von allen am schönsten der einzige nachteil an den ganzen quarter horses sind die dass sie halt diese köpfe zu hängen lassen okay es gehört zur rasse aber es ist halt das was mich am meisten stört aber vielleicht gewöhnt man sich da ja irgendwie dran dann gehen wir einfach noch fort pinte aber da steht auch noch eine rasse so hier steht er ach ja genau den habe ich ganz vergessen den finde ich auch noch voll schön ich weiß das doch zu der palomino ne auch würden jetzt die köpfe ein bisschen nach oben strecken quasi könnte man sich den noch besser anschauen also ich finde den auch gerade irgendwie sehr schön aber nichtsdestotrotz hat die gute isa sich schon ein pferd gekauft und ja der wird schon im stall stehen und ja ich habe sie halt gefragt ob ich auf den account dürfte weil oder um euch quasi die ganzen gangraten zu zeigen und dass ich sie vielleicht auch mal selber ausprobieren darf weil wie gesagt ich bin ja am überlegen ob ich mir die auch kaufen werde oder eines von den rassen aber ich bin ein mensch der wartet immer bis die ganzen rassen draußen sind weil bevor ich mich irgendwie aus versehen für eins entscheide was ich am ende doch nicht mehr mag und das andere dann eher uns ja ich glaube ihr wisst was ich meine oh die ist hier deswegen werden uns einmal das anschauen ich selber weiß nicht welches sie gekauft hat ich schätze sie wird den schwarz weißen gekauft haben ich kann aber auch falsch liegen sehr aufgeräumten stall warte mal die hat doch sehr viele pferde ne oh gott alles klar okay jetzt ist es irgendwie voll ungewohnt in einem stall zu gehen und dann zu sehen dass man so viele pferde besitzt also echt krass ähm wo ist denn der gute ich habe echt keinen plan wie die hier aussehen hä ah ja blueberry hier ist er ja und ich lag sogar richtig mit meiner vermutung sie hat den schwarz weißen gekauft und hier ist er auch schon und blueberry finde ich irgendwie ich finde den namen richtig süß oh mein gott hier ist der oh mein gott ich finde ihn richtig süß und es haben auch schon viele gesagt die haben richtig fetten hintern und okay es stimmt wenn man sich das so anschaut sie haben richtig fetten hintern er ist halt echt gigantisch oh mein gott ja wir werden uns jetzt mal die gangarten anschauen ich habe die schon alle in einem livestream gesehen aber es ist halt noch mal was anderes sie selber auszuprobieren und ähm ja dann werden wir uns erstmal den schritt anschauen das sieht halt irgendwie so voll lässig aus so voll gechillt bei dem an äh jetzt wollte ich analyse sagen für den quarter horse der american courthouse genau so das ist der schritt das hier ist der trap sehe ich ganz cool aus dann der leichte galopp dann der etwas schnellere galopp dann der renngalopp da da heben ja die die köpfe so ein bisschen das finde ich eigentlich auch voll cool und dann gibt es diesen sliding stop und zwar das sieht auch voll cool aus ich glaube irgendein pferd hat sogar zwei verschiedene augenfarben ich weiß jetzt nicht ob es der hier war ein blaues und ein braun genau es war der hier aber der guckt so ein bisschen besoffen kann das sein also die blicke von den quarter horses sehen auch so ein bisschen gruselig aus also mein lieber mon du ja die animation finde ich auch voll cool okay also es gibt ja diesen sliding stop den haben wir jetzt gerade gesehen da gibt es ähm oh ne das ist absteigen ne das war leertaste genau da gibt es diesen äh wirklich wo die abgehen wie sonst was wirklich man bekommt beim zugucken echt einen drehwurm finde ich aber es sieht voll krass aus guck mal die stehen auf einem bein und dann drehen die sich auf diesem bein das sieht voll lustig aus genau ähm was gibt es noch genau das steigen gibt es noch das ist was ganz neues das kenne ich jetzt von diesen also in diesem spiel weiß ich gar nicht ob irgendein pferd sonst noch dieses steigen besitzt ich finde diese sliding stop ich finde den so krass ne ja also ich finde das richtig cool das steigen und äh genau rückwärtsgang der rückwärtsgang ist nämlich viel schneller als bei allen anderen pferden und der rückwärtsgang ist sogar schneller als der schritt die haben es einfach drauf die quarter horses weil es ist halt extrem langsam und dann kommt der rückwärtsgang und bam ich finde ihn richtig cool und ähm genau dann gibt es da noch das führen ähm hier fühlen wir ist blueberry ein junger oder mädchen dann fühlen wir das rcs mal das sieht auch voll getrailt aus aber wenn man es jetzt so bedenkt ne die haben echt einen fetten Hintern aber was mich hat echt am meisten triggert ist der kopf ne es triggert mich einfach so hart aber ok man muss sich dran gewöhnen und genau es sind noch die neuen was soll man sagen frisuren rausgekommen die werden wir uns jetzt auch einmal anschauen so jetzt werden wir uns mal die frisuren anschauen oh mein gott da ist jemand mit einer weihnachtsmütze ehre geil ich finde die weihnachtsmütze so geniale ok also es gibt zwei neue frisuren glaube ich oder ist das das ist sogar schon die neue ich bin mir jetzt gar nicht sicher oder das ist die neue ich weiß es nicht ähm oh iiii mit zöpfen sieht das ja vollkommen aus auf jeden fall gibt es die hier mit diesen ähm zöpfen drin oder mit den klammern und das sieht echt hammer aus haben die von hinten auch irgendwas neues ne also von hinten sieht das auch ganz normal aus also die haben sich eher hier auf die mähne drauf fixiert aber es ist echt was neues weil das haben wir bis jetzt auch noch bei gar keinem Pferd und es sieht auch echt westermäßig aus so das war quasi so das kleine zeigen der Pferde unter american quarter horses mein fazit ist ich finde sie sehr schön und ähm ja was mir auch echt aufgefallen ist und das ist glaube ich auch schon einigen aufgefallen ist dass die Pferde halt bei den Trailern oder bei den Teasern echt anders rüber kommen als im Game weil im Teaser sehen die alle irgendwie noch ein bisschen anders aus oder so ein bisschen keine Ahnung es sieht halt für mich anders aus als hier im Spiel und deswegen ähm klar ich bin überzeugt von denen aber sie sehen halt wirklich anders aus als im Teaser und äh ja Fazit ich finde sie sehr schön das einzige was mich halt wirklich getriggert ist das mit dem Kopf aber ich denke man kann sich anfreunden damit und äh ja da würde ich sagen vielen Dank fürs Zuschauen und danke nochmal an die liebe Isa und dann würde ich sagen sehen wir uns zum nächsten Video wieder tschüss und bis bald tschüss